Schwartmanns Maschinenbau ist ein Hersteller hochqualitativer Blechbearbeitungsmaschinen für die Isolierindustrie. Wir sind seit über 50 Jahren am Markt aktiv. Mein Name ist Thomas Piech, ich bin Prokurist und Vertriebsleiter im Hause Schwartmanns Maschinenbau in Wesselink. Wir verwenden bereits seit über 20 Jahren die Möglichkeit, remote auf unsere Universalzuschneidanlagen in der ganzen Welt zuzugreifen und insofern Unterstützungen und Support zu bieten. Wir nutzen das gesamte Spektrum von EcoStruxure Machine Advisor. Das bedeutet, im Bereich Track stellen wir unseren Kunden die gesamte Architektur einer Maschine zur Verfügung, sodass eine Fehleranalyse sehr leicht möglich wird. Weiterhin sind in diesem Bereich auch Manual der verschiedenen Komponenten erreichbar. Monitor nutzen wir ebenfalls, genauso wie unsere Kunden. Damit lassen sich Leistungsdaten sehr aktuell und über längere Zeiträume erfassen und visualisieren. Solche eine Möglichkeit bietet derzeit kein anderer Hersteller. EcoStruxure Machine Advisor erlaubt es uns, unsere Neuausrichtung des Unternehmens insofern zu unterstützen, als dass wir neben unseren Maschinen sehr innovative Lösungen und Services anbieten möchten. Wir arbeiten mit Schneider Electric seit ca. fünf Jahren zusammen und es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung in der Geschäftsbeziehung. Zunächst haben wir nur einzelne Komponenten bezogen und inzwischen ist durch die Zusammenarbeit der Teams eine enge Verflechtung entstanden, die weit über das Tagesgeschäft hinausgeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017